Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1987. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Trotz des Trainings habe ich immer noch Probleme mit der Nackenmuskulatur. Trotz des Trainings habe ich immer noch Probleme mit der Nackenmuskulatur. Trotz des Trainings habe ich immer noch Probleme mit der Nackenmuskulatur. Ich mache mir wirklich Sorgen um diesen Patienten. Habe ich ihn richtig behandelt? Ich mache mir wirklich Sorgen um diesen Patienten. Habe ich ihn richtig behandelt? Ich mache mir wirklich Sorgen um diesen Patienten. Habe ich ihn richtig behandelt? Wir motivieren uns gegenseitig. Nur so können wir ein gutes Ergebnis erzielen. Wir motivieren uns gegenseitig. Nur so können wir ein gutes Ergebnis erzielen. Wir motivieren uns gegenseitig. Nur so können wir ein gutes Ergebnis erzielen. Wir verkaufen Solarmodule in verschiedenen Größen und Ausführungen. Wir verkaufen Solarmodule in verschiedenen Größen und Ausführungen. Wir verkaufen Solarmodule in verschiedenen Größen und Ausführungen. Das Zelt in meinem Zimmer schirmt mich von der Umgebung ab. Das Zelt in meinem Zimmer schirmt mich von der Umgebung ab. Heute wird gegrillt. Wir erwarten dazu einige Gäste. Die neue Kamera verfügt seit dem Update über eine weitere wichtige Einstellmöglichkeit. Die neue Kamera verfügt seit dem Update über eine weitere wichtige Einstellmöglichkeit. Seit ich die neue Kaffeemaschine habe, trinke ich noch mehr Kaffee als vorher. Mein Anwalt hat mir geraten, den Vertrag zu unterschreiben. Mein Anwalt hat mir geraten, den Vertrag zu unterschreiben. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Zeige Mut und Zuversicht bei allem, was du tust, dann kommst du im Leben schneller voran. Zeige Mut und Zuversicht bei allem, was du tust, dann kommst du im Leben schneller voran. Zeige Mut und Zuversicht bei allem, was du tust, dann kommst du im Leben schneller voran. Heute ist das richtige Wetter für meinen Sport. Meine Freunde kommen auch gleich. Heute ist das richtige Wetter für meinen Sport. Meine Freunde kommen auch gleich. Heute ist das richtige Wetter für meinen Sport. Meine Freunde kommen auch gleich. Ich habe mir eine besondere Überraschung für meinen Mann ausgedacht und hoffe, dass er es mag. Ich habe mir eine besondere Überraschung für meinen Mann ausgedacht und hoffe, dass er es mag. Wir fahren immer mit den Kindern und den Großeltern an den Strand. Das stärkt den Zusammenhalt. Wir fahren immer mit den Kindern und den Großeltern an den Strand. Das stärkt den Zusammenhalt. Das Wasser im Pool ist an heißen Tagen eine willkommene Erfrischung für alle. Das Wasser im Pool ist an heißen Tagen eine willkommene Erfrischung für alle. Das Wasser im Pool ist an heißen Tagen eine willkommene Erfrischung für alle. Meinem Sohn Lars geht es nicht gut. Er hat Husten und eine laufende Nase. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung. Bist du dazu bereit, deine Freizeit einmal ganz anders zu gestalten? Bist du dazu bereit, deine Freizeit einmal ganz anders zu gestalten? Ich trainiere jeden Tag genauso, wie es mein Arzt während meiner Reha empfohlen hat. Ich trainiere jeden Tag genauso, wie es mein Arzt während meiner Reha empfohlen hat. Es ist noch früh am Morgen und wir sind ganz allein am Strand. Bitte sei leise. Du störst die anderen beim Arbeiten. Bitte sei leise. Du störst die anderen beim Arbeiten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal.